Hi Leute, Pyromod ist wieder am Start. Heute für euch die Panda Firefox. Das ist eine 19 Schuss Batterie im Kaliber 25 Millimeter. Einige von euch werden diese Batterie sicher kennen, denn das ist ein kleiner Geheimtipp, auch von mir eine absolute Kaufempfehlung für diese Batterie. Wirklich wunderschöne Brokat-Bouquets mit bunten Sternen. Ihr werdet es gleich im Video sehen, ich habe also nicht zu viel versprochen. Viel Spaß mit dem Video. Wirklich wunderschöne Wunderschöne Wirklich wunderschöne Wunderschöne Wirklich wunderschöne Wunderschöne